hallo und herzlich willkommen ich bin heute auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel Looney Tunes, World of what? VM, VM? ok start war, voll neutral dann geht es los erster tag tägliche Herausforderung Quarkmine Angriff Angriff Und warten Hä? Was ist denn das für eine Prozentzahl? 9100 9100 Oh Dann machen wir mal Vierfache Geschwindigkeit Start und Oh Ich glaube das ist neu Das Das bei Busen-Tank jetzt steht Was sind zwei Zauberer Ein Tank Oh Okay 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 Ja Okay Ja Okay Quart Oh 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 Schau mal, wie ist das? Stadt und Wald. Hmmmm. Schon mal. 8,96. Der ist so stärker als der. Welche müsste ich mitnehmen und den zuhause lassen? Dann habe ich keinen Tank. Das sind glaube ich jetzt 2 Dds. Ein Tank. Und ein Heidel. Der ist so schwer. Der ist so schwer. Der ist so schwer. Der ist so schwer. Ein Dorfton, ja, dann mache ich hier genau das gleiche. Nur jetzt halt ein bisschen an der Reihenfolge. Achso, das ist Stadt und Dorfton, wer das ist. Mist. Und da habe ich gar keinen Ton von. Da auch nicht, aber davon. Ich habe nur Waldtons, Stadttons. Schall. Okay. 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 So. 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 Dann habe ich nicht, habe ich nicht. Karimik tun. Also immer genau das, was hier vorne ist. Das ist das Zeichen. Das muss ich auch beim Thun haben. Aber das habe ich leider nicht. Und da brauche ich die Burg. Ein Ritter Thun. Ritter Thun. Das ist gut. Nein, nein, nein. Das haben wir die beiden jetzt gemacht. Die Events Kampagne. Banken. Öffnen die. Eins dann. So war es. So war es dreimal angegriffen. So war es. So war es. So war es. Und hier ist 3.000. 4.000. 3.000. Wie könnte ich glaube ich es schaffen. So war es. 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 Okay. So war es. So war es. So war es. Und hier. So war es. So war es. aber ich möchte die rote Punkte und die Dailies abarbeiten Bäh! Ich hab auch kein Ding gewonnen, krieg ich da nicht so eine Tiste. Ist immer nicht so stark. Krieg ich mal mit hier. Was ist hier noch? Okay. Okay. Brunsladen. So, noch quell. Jetzt im nächsten Mal. So, die Kumpel wird das� vary. Ich war's hier in der Hand und ich war's. Ich war's schrecklich. Komm, ich war's, ich war's. Gut, was ist hier in der Welt los? Einsam. Kleiner Lospen. Einsam. 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 Juhu. Okay. Und Bunny auch schon mal losgeschenkt. Unser Bunny. Oh, was ist das hier? Camisson? Juhu. Hm. Was gibt es da? Oh, was ist das? Ja, aber mal. Okay. Oh, das ist ja gut. O, das ist Ц thirteen. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Okay, das ist gut. Oh, das ist gut. Ich hätte lieber erst die anderen Gebäude alle auf 2 auf Wert und so bestimmt. Naja egal, man nimmt die mal. So, jetzt haben wir hier noch. Komm, der ist da. Der Hahn ist auch gut. Dann kann ich dadurch die restlichen vorlenken. Mit den Ambuss kann ich hier die Gebäude aufwerten. Der muss unbedingt stärker werden. Du machst immer ein Leben. Das ist ein Leben. Das ist ein Leben. Ich verstehe nicht, dass du nicht so gut bist, aber du schlägst, oder? Okay. 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 Ach, nö. Schauen wir mal, wie er im Aufstieg. Dann ist gut. 17. Gut. Dann schauen wir mal, was jetzt hier die Dinge sagen. Die Dailies. Einen fertig. Drei fertig. Drei fertig. Ich brauche noch drei Stücke. Äh, besser heute den Charakter mit einer Energie. Alter. Scheiße. Ich habe keine Energie. Nur drei. Ich brauche noch mindestens drei. Ich brauche noch mindestens drei. Wie komme ich an die Energie? Schließe zwei. Auf die Reine. Na gut, eine haben wir schon. Nehmen wir mal eine andere. Nehmen wir mal eine andere. Ach, die werden immer stärker. Noch mal, weil das da. Bitte. Bei vier. Zack. Und Nummer zwei ist fertig. Und Nummer zwei ist fertig. So. Okay. Ähm. Ich wollte nur noch so anziehen. Ach so. Die beschützen jetzt diese Truhe. Also, ich verstehe das jetzt. Das ist dann eine Schreiberei. Wenn man nur so wenig Tuns hat. Na gut. Hab ich den noch mal ein bisschen stärker gemacht. Ich hab nichts gebracht. Ich hab nichts gebracht. Na gut, das war's. Ich habe den Klenker. Na gut, na gut. Und dann schauen wir mal hier noch. Das war jetzt der zweite. Ich habe noch diese beiden aufgehört. Schließt die drei. Und das sind unsere Kämpfe ab. 88 darf er nur stärker. Ne, ist gar nicht mehr stärker. Das sind jetzt wirklich meine drei stärksten. Den wollte ich gerade auswechseln, aber ich habe den gedrückt. Ah, der Drecksweise. Das war jetzt mal. So, hören wir mal an. Auto starten. Ja. So viel Kapitän gibt es. Ich muss drehen, dass die Ordnung schließen. So viel Kapitän gibt es. Ich muss drehen, dass die Ordnung schließen. So viel Kapitän. JAHU! Das ist so die drei Sterne. Geht ja wie geschmiert jetzt gerade hier! Kommt gleich nix hin. Ich habe einen Tag. Der hat genauso aufgebaut. 1 Tag, 1 Heiler und 2 DDs. Okay, jetzt habe ich eine Idee. Und jetzt keine Idee. Was ist das für ein Tank? Das ist ein Tank der nicht an den Griffen werden. Ich kämpfe jetzt so lange, um zu schauen wie weit ich komme. Also bis ich keine 3 Sterne bekomme, dann ist es weit kämpfig. Müsste auch gleich sein. Ja. Ja. Oh, okay, cool! Letzte Kampf, dann habe ich ja Kapitel 2 fertig. Oh, noch der Heiler da, heute die Heiler. Und wieder 3 Sterne. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 13, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14,. Kämpfen. Das war jetzt gerade durch. Ich werde allerdings lieber weg sein, sieht es optisch ein bisschen besser aus. Ja, das war so. So. Ich habe nur vier Balltons. Ich hab die jetzt nur getauscht, ich kann schon sagen, aber sonst würde der fängt bis weiter hinten zu stehen, bis die Messer einfach vorne steht, obwohl es in dem Fall jetzt gar nichts zu sagen hat. Jetzt gehen wir weiter. Gleich glaube ich gleich auch die Energie voll. Vielleicht brauchen wir noch 3 Energie für die Reaktion. Ich hab 610. Da krieg ich wieder eine Energie. Ne, das war nicht die Energie, die sah anders aus. Ich glaube, die sah anders aus. Ja, das war nicht. Ja, das war nicht. Alles klar! Nice, nice, nice Kapitel 2 durch, gleich von Kapitel 3 auch schon durch Das letzte Mal bin ich nur besorgen Ich bin 2 Sterne gekommen Heftig Was habe ich gemacht, ob er noch so stark oder nicht Warum bin ich so stark? Hm Also ich sehe es aber meine Gut Oh, ich bin schon bei 5 Sechste Kanzel Das ist doch nice Oh, ich bin schon bei 5 Oh, ich bin schon bei 5 Ich bin schon bei 5 Ich bin schon bei 5 bei 5 Das war's für heute. Ja hooo! Ja hooo! Und wieder draufstellen. Oh, die sind schon so stark wie ich. Juhu! Boah, das ist dann sehr. Ich bin wieder mit 3 Sterne. Ach, ganz knapp. Ja, ich glaube nächste Runde wird es nicht mehr mit 3 Sterne gehen. Da! Da ist einer! Sowas brauchen wir! Da ist die Energie! Der Generator! Juhu! Ich habe es geschafft! Ich bin angekommen! Boah. Juhu! Boah, da war es gut. Das ist Leben am Limit. Wahnsinn! Ich letzte mal noch nur bis Kapitel 2, das war es, der dritte Kampf war. Ja, habe ich jetzt eine Chance. Kapitel 2 komplett durchgespült. Und jetzt nehme ich es auch schon Kapitel 3 durch. Wahnsinn! Kapitel 3 mit 3 Sterne. Jetzt kommt Kapitel 4 schon dran. Boah. Was gibt es da nicht? Ich schaue kurz alles durch hier. 1 voller Sterne. 2 auch. 2 auch. 2 auch. Boah. Nice! Nice! Hier kommt der Vogel rein. Wer ist der nochmal? Genau. Und der Heiko. Jetzt sind die wieder schwächer hier. Ne. Ist der Anfang von Kapitel 4. Woher ist er denn jetzt? Oh! Haus, dust euch das für. Wir sind das für ein paar Krise. Uwe. Вот das war. Und ihr habt ihr doch dich, was wir sicherlich? Ich bin okay hier. Bis zum nächsten Mal. Ich bin gut. Du bist ja sehr. Ich nehme mal einen Schluck Wasser. Ich kann nicht mehr. Das ist so spannend. Was? Was war gerade ein Chicken? Der hat aber Power, der Kleine. Vielleicht kommt wieder Shiki-Wall oder was hat er gesagt? Super. Das war gerade ein Chicken-Off. Keine Ahnung. Das ist sowieso jetzt da. Boah. Stark, der Kleine. Ich bin ein Chicken-Off. 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 Es ist auch nicht nur ein Chicken-Off. Das ist ein Chicken-Off. Und die Charaktere machen. Naja, jetzt spielen wir auf jeden Fall soweit. Und mit den 3 Sterne. Wenn ich keine 3 Sterne bekomme, dann stopp ich. Und nächstes Mal würde ich dann wieder spielen. Auf Charaktere. Ja. 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 Super, unter the next, please. Ich hab hier oben gleich Level Up, hab ich gesehen, fehlt nicht mehr viel. Das wäre ja schon nach dieser Runde Level Up, nicht Level 18. Ich hab hier oben gleich wieder geschafft. Ich hab hier oben gleiche, ich hab hier oben gewonnen. Ich hab hier oben gebrochen. Und wieder Dresden, aber ich dachte er würde sterben, aber er hat es doch noch überlebt. Runde 8 oder was heißt Runde 8? In Kapitel 4 Runde 8. Und wenn ich den Kampf nicht schaffe, dann ist es ein Krampf. Das war ein Tux, jetzt. Und, und. Und. Das war's. Also ich werde das noch gewinnen, aber ich kriege keine Trash-Telt mehr. Gut. Heilt zwei Sterne. Was soll's? Sind sehr weit gekommen. In Akt 4, Kampf 9, äh, Kampf 8 ist da gekommen. Dann gehen wir mal hier raus und einsommen. Jetzt werden wir noch einmal in Reaktion mit Energie füttern. Ich habe ja jetzt 45. Das hat halt 3 bis 6 Farm-Tools steigend. Ah, das sind in der Stufe. Bist du 3 Tools? Bist du 6 Tools? Und, äh, sind wir noch nicht sowas? Dann kriege ich ein Farm-Tool. Der fehlt mir ja auch noch. Äh, so, komm so raus hier. Bop, bop, bop. Ah, Level 18. Und gleich, Level 19 auf. Und Level 19 auf. Nice. Dankeschön. Später besuchen. Nicht jetzt. Ich habe jetzt keine Zeit. Was ist das hier? Und, einsam. Und dann? Oh, schön. Oh, da kriege ich noch was. Oh, da kriege ich noch was. Wie viele Geschenke kriege ich? Für jede Runde wahrscheinlich, ja? Hey, 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 hey. Was hat man denn dazu? Ach, schon wieder was. Wie oft kann ich gleich Spunny-Leveln? Oh. Das nimmt ja gar kein Ende mehr. Ich habe gleich wieder den Namen. Naja, okay. Das dauert noch ein bisschen. Ja, kommt gleich. Reaktor versorgen. Schauen wir jetzt mal. Hier. Nächsten Stern. Zack. Und hier? Ah, da kriege ich keinen Stern. Aber, ich werde über jeden Fall gehen. Das war mal fertig. Ne, das war nicht. Da, der Kugel. Tja. Tja. G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G. Genau, äck-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G. Tja! Ich mach nur den Schlechtesten, also Max Bunny werde ich wahrscheinlich nicht leveln, weil der wird nicht der Schlechteste. Die beiden sind noch die 17, da bleiben sie aber erstmal, das brauche ich fürs nächste Mal. Dann geben wir leid. Bugs Bunny hat den Auftrag abgeschlossen. Schauen wir mal, der ist an der Arbeit. Bugs Bunny, höchst nur den einfachen. Aufwerten in den Ball, da brauche ich Holz. Ich brauche einmal Holz. Das kann ich jetzt. Holzi, holzi, holz. Ich brauche noch kein Holz. So. Ach, ich soll da heute. Gut, dann hauen wir mal den hier rein in der Jagd. Was? Ne, das. Eins? Nein. Natürlich. Gut. Ne, aber noch zwei. Perfekt. Okay, was habe ich denn noch hier? Die meinst 9? Aber erstmal nochmal den anderen da hinschauen. Fußladen. Hier sind drei Stück. Das sind wahrscheinlich die drei Gemeinweite des Denzels. Und hier sind auch zwei Stück. Kostenlos. Mit Werbung halt schon oder ohne? Oh, nice. Okay. Überlegen. Überlegen mal. Und was ist jetzt am besten? Ich habe noch keinen Farmer. Gut. Ich will den einfach. Ach. Ist ja ärgerlich. Ich kann mich noch einmal den nehmen. Oh, komm. Wir nehmen den dann einmal. Geh den einmal runter. Oh, da. Ich habe einen Ton. Neuen Ton. Jawohl. Jawohl. Ach, du Tüfer. Aber das war dann weg. Danke. Ja, das war's. Waffe freischalten. Aufstehen auf. 70. Puckatash! Zoopie! Oh, das ist hier. Das ist hier. Ok, nur das Rad, da kann man noch mal drehen, einmal drehen, einmal drehen, einmal drehen, noch drehen, noch drehen, noch zwei Stück, jetzt noch zwei Stück, schon ohne, echt, ein anderer bitte, Und was kann ich sagen? Nice! Fertig! 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 Ausschwein! Ja! Stärker machen! Ich kann nicht mehr aufsteigen! Schade! Ja! Flitter! Uh! Nice! Und es kommt noch einer! Einer fällt auch noch! Keiner? Na gut! Und hier noch ein Sammeln! Ui! Und welche? Okay! Den noch! Und den noch! Das war's! Der Tag ist jetzt auch schon fertig! Huh? Huh? Ich bin hier verwirrend! Wie spätestens! Wie spätestens! Kurz nach 5 Uhr! Also um 5 Uhr! Ist der nächste Tag dran! Scheiße! Mist! Los! Achso! Da suchst man noch mal! Ja! Ich bin hier! Ich bin hier! Jungs! Ich bin gerade ein bisschen die Coinschirm. Äh, ja, ja, äh, 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 äh. Ausschuhen. ja ich war so langsam ich war so langsam bei dem Spiel Das war's für heute. Die Kiste hat mir gestohlen. Sie hat mir meine Kiste gestohlen. Ich habe nicht gemalt. Ich habe nicht gemalt. Ich habe nicht gemalt. Ich bin der Verrückte. 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 Wird wahrscheinlich nur 2 Sterne sein. 2 Sterne drauf, gut. Nimm drauf. Gut, 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 gut. Schauen wir weiter. Die Präne. Ach, ich kann nicht mehr kennen. Gut, dann ist das auch fertig. Ich muss noch einmal. Ich verstehe das nicht. Raffrei? Ach, egal. Okay. Du, 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 du. Den würde ich rausstellen. Und den doch rein. Ja. Okay. Was ist das På? Nein, ich gehe auf den Garten. Arrhe. Und noch weiter. Arrhe. Drückart. Zieh. Die Vige sind. Die Vige sind. Obwohl der Stärke war, der war halt 4.300 oder nicht so was. Er sollte aufpassen. Starte 3 Tuns Aufgaben. Wir sind schon fertig. Kann ich doch mal vergessen. Was ist das Nächste? Rausform abschließen. Kann ich mehr. Da krieg ich doch einmal ein Kreis. Wer steht das für heute? Mist. Mist, Mist, Mist. Arena. 2 Kämpfe. 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 3 Kämpfe. 2 Kämpfe. 1 Kämpfe. 1 Kämpfe. Jetzt kann ich noch ein paar Tuns wieder aufwerten. Fangen wir mit den Schwächsten an. 2 Kämpfe. 1 Kämpfe. 2 Kämpfe. 3 Sattung. Und jetzt, äh, das wars. Gibt es... Was jetzt hier noch? Ne, brauche ich jetzt nicht und hier, brauche ich auch nicht, keine Worte, und hier, kostenlos, das brauche ich, nein brauche ich auch nicht, brauche ich nicht, ok. Diamanten, die möchte ich nicht dafür, gold, das kann ich machen, dynamitfassend mit dynamit, und kosmos, einkammeln, supi, gut, dann kann ich den benutzen, den nehme ich mir für nächstes mal, ähm, das Rad, kann ich den benutzen, schön, lassen wir noch eine Premium drehen, und, was gibt es, das Rad ist richtig gut, das Rad, das ist gut, da wäre es nur der, fertig, hier war es fertig, in der Welt, ich kann hier wahrscheinlich Häuser ausbauen, wo sind die anderen, leider, hier ist die Farbe, ok, gold, hier ist noch L, komm, was ist denn los, das war es jetzt, oder, hier ist noch etwas, oder, ich weiß es nicht, da, hier ist noch etwas, das war es, das war es, ja, das war es, das ist jetzt der Start, rauf rein, nein, nicht rauf rein, ja man, die Kiste, kann doch nicht wahr sein, ach hier, der ist ja auch, ja man sieht, das war es, ich sage mal, Welt, perfekt, also noch einmal ein Ladenwort, Arena, Plus, ein fordernd, Ok, dann haben wir die Arena jetzt aufhärtig, laden wir mit, laden wir einfach schneller, Ach, Mensch, hat das jetzt aufgehangen bei den Lagen, ach, ich muss kämpfen, ach, ich muss kämpfen, ja, ich muss da mal schauen, knapp, ja, ich muss da mal schauen, richtig, und das war ein ne sterne und den anderen angriff noch machen kämpfen, 6 minuten noch und 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 schau und und Okay. Aber jetzt war fertig. So fertig. So, das war's denn jetzt. Verteidigung. Ein Punkt in der Verteidigung, sonst über null. Also ich bin Zweiter. Und da schreien. Ich glaube, ich habe Angriff gemacht. Einen Angriff. Einen Angriff. Einen Angriff. Einen Angriff. Einen Angriff. Ich muss erst nach links. Dann kann ich noch rechts. Na egal. Den anderen haben wir fertig. Und das war's denn für heute. Verlassen wir das Ganze. Wir holen das Ticket ab. Und sagen Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann. Viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.